Mein Sohn Doch im Universum kennt man ihn als Clank Ah, mein Erzfeind! Jetzt vergeht ihr das Lachen, was? Sir, die Zoni lassen fragen, wie wir vorankommen Wie lange müssen wir uns mit diesen Trockeln dennoch gut stellen? Er erinnert sich nicht! Ihr müsst regeln! Ja, ich regle es! Ich regle es! Sisterboard-Scan wird gestartet Okay, mal sehen! Lieblingsfarbe grün, Lieblingszahl 83 Milliarden 4,7 Bla 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 Zugriff verweigert! Neuralschutz aktiviert! Nein! 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 Wieder kein Zugriff! Es ist hier drin, Lawrence! Irgendwo in diesem Hirn steckt der Schlüssel zur Orbus-Kammer! Meine Orbus-Kammer! Eure Zonigkeit! Dürftet ihr kurz einen Blick in die Kammer werfen? Deine Orbus-Kammer! Kammer ist für Herr allein! Na schön! Dann ist es Zeit, dass unsere Partnerschaft ein Ende nimmt! Sagt Hallo zum... Nicht der Hyperschall-Hirnwellen-Zerhacker! Hyperschall-Hirnwellen-Zerhacker! Verzeihung, Sir, erwähnte ich, dass unsere Geräte extrem empfindlich auf Schallwaffen reagieren? Hilfsgenerator aktiviert! Was zum... Erstmal... Aufhalten! Was ist hier denn los? Oh! Oh, hier bricht ja alles zusammen, ey! Scheiße, wir müssen viel... Oh! Okay, nicht runterfallen! Einfach weiterlaufen! Einfach weiterlaufen! Oh, die schießen auf uns! Oh! Okay, ich will zerschlagen, gisten die alle! Boah! Nur weg! Was ist das denn? Hör zu! Ich bin deiner einzige Hoffnung, Doktor Nefarius zu entkommen! Geh in den Lüftungsschacht und bleib nicht stehen! Okay, vertrauen wir dem fremden Roboter hier mal! Ich glaube, wir haben keine andere Option! Einfach weiterlaufen! Nicht weiter! Und hier rein! Gut! Vorher bist du sicher! Wo bin ich? Was macht Doktor Nefarius hier? Ich erkläre alles, sobald du in Sicherheit bist! Doch jetzt müssen wir dein Augenreaktionsvermögen kalibrieren! Schau an den Augenscanner links von dir! Okay! So! Gut! Okay! Und jetzt in den rechts von dir! Okay! Gut! Und jetzt in den Scanner über dir schauen! Jo! Haben wir! Schön! Und auch noch der unter dir! Alles klar! Okay, wir wollen es hoffen! Jetzt schnell raus hier! Wo sind wir denn hier? Okay! Was ist Zeit-Anomalien? Was hat das denn zu bedeuten? Okay, hoffentlich werden wir für diese ganzen Fragen noch Antworten finden! Egal! Einfach weiter! Nicht anhalten! Nicht das denn zu noch schnappen! Okay, wir laufen einfach... Okay, wir fragen nicht, wir laufen einfach... Wow! Fast runtergefallen! Ja, haben wir doch schon! Aber egal! Hier einfach draufhalten! Und die letzte! Jawohl! Jawohl! Und... Der scheint ganz schön wütend zu sein! Okay! Geh' ich da rüber! Oh, hoffentlich schnappen wir es nicht! So! Wo sind wir hier eigentlich? Was ist denn das für ein Ort? Du musst dir weg! Wer sind diese ganzen komischen Roboter hier? Und wer ist der Typ hier? Okay, egal! Wir springen einfach weiter! Hoffen, dass wir uns nicht schnappen! So! Noch die Kisten eben zerschlagen! Dann schnell weiter! Wow! So, hier! Zack! Nicht mit uns! Oh, die Kollegen sehen böse aus! Ja, schnell, schnell! Mach doch mal was, Junge! Aha! Oh! Okay! Wir können uns normal weiterbewegen! Aber alles andere bewegt sich in Zeit. Boah, hier so Matrix-Style oder was? Ist ja geil! Okay, weiter! Und noch zwei von denen! Ihr lernst aber auch nie hier! Die große... Okay! Das hat mir jetzt sehr geholfen! Egal! Egal! Hier, lauf einfach weiter! Wird sich noch alles klären, hoffe ich! Ah, noch mehr, ey! Ja, kommt nur! So, zack! Wow! Uh! Jetzt aber schnell! Oh, Gott! Bin jetzt zu spät, oder was? Hey, wir können auch mal rüber! Oh, jetzt aber beide! Okay! Stupung da, halt! Keine Zeit! Und, ja! Weil wir so schnell durchgesprintet sind! Und da ist der Typ! Verdammt! Ja, wo werden wir denn? Urintegrität Kritis! Achtung! Wow! Wandflussgabilisatoren inaktiv! Na los doch! Spring! Dr. Nefarius, ich hab geahnt, dass Sie dahin verstecken! Wohin haben Sie mich gebracht? Erkennst du es nicht? Das ist dein Zuhause! Die große Ruhr! Ein Wunderwerk der Wissenschaft und Magie! Entwickelt von den intelligentesten Zuni aller Welten! Und konstruiert in der Mitte des gesamten Universums! Plus minus 15 Meter! Nur aus Neugier! Welche Lüge haben Sie den Zuni auf Ihrem Rache-Feldzug aufgetischt? Rache? Du glaubst, ich hätte das alles nur das Rache auf mich genommen? Und ich soll ein Egomanes... Sagen wir doch einfach... Vorbei ist vorbei! Lorenz! Hinter Ihnen, Sir! Aktiviere die Kugel der gemeinen Bewegungslosigkeit! Soll ich wieder die Mnemonik-Station vorbereiten? Nein! Ich habe eine bessere Idee! Aber Sir! Geduld, Lorenz! Wir haben alle Zeit des Universums! Und damit herzlich willkommen bei Let's Play Ratchet & Clank! Äh, Crank in Time!